Hey, heute kochen wir Kohl-Roladen. Auf ukrainischer Sprache heißen die Golubci. Auf polnischer Sprache meine Freundin Anna Golabki. Golombki. Ich hab das auch gesagt. Nein. Duh. Weißkohl wird gekocht. So. Gleiche Zeit kocht Reis. Wird mit Hackfleisch angemischt. Ja, dann haben wir schon eine schöne Führung. Und Kräuter kommen auch da rein. Kurz einbraten. Zwischendurch wird die Soße vorbereitet. Duh. Ich bin heute ohne meine rote Schürze, was ihr kennt. Ich bin bei Anja zu Besuch und deswegen habe ich schon schon verkleckert. Und da müssen wir auf jeden Fall eine neue Schürze bestellen. Duh. Tada, die Schürze gezaubert. Amazon Prime. So ist das möglich. Und dann circa eine Stunde köcheln. Duh. Duh. Und dannoben. Vielen Dank.